Hiho DigiDiger und Doppelwolf, willkommen hier zurück. Ich bin schon mal auf die nächste Map gegangen. Einfach mal kacken kreist, so wie ich bin. Und wir sind weiterhin dabei, das Dracomond zu leveln. Wir wählen uns als Gegner Skymeramon. Wo muss ich sein? Warte. Wir nehmen mal Skymeramon, damit es ein bisschen spannender wird. Naja, spannender wird es jetzt sowieso nicht. Es ist so, bleibt hirnlos. Da! Aber hübscher Fall. Na, weiter. Ah, da. Ja, immer noch Aufnahmezession vom 7. November. Herrlich. Genau, digitieren wollte ich. Jetzt brauche ich wieder einen Booster, wenn es schneller geht. Wenn wir hier schon mal plöpfen, das ist ein Tausender. Werfen wir mal ein. Und dann sollte es auch wieder schnell gehen. Weiterhin. Schnell gehen. 4%. Das heißt, wir müssen einfach viel von denen besiegen. Äh. Ja. Mathe. Mathematik. Ich hatte Mathe-LK. Hey. Wir geben 4%. Das heißt, wir müssen viel besiegen, um auf das nächste Level zu kommen. Ja. Ganz genau. So schaut es aus. Ah, natürlich 25. 25 bis 30 sollten reichen. Mathe-LK fand ich eigentlich damals toll. Es war einfach relativ einfach, weil... Es war so schön logisch. Man hat nur Formeln angewendet und es hat gepasst. Anders als in Deutsch. Da hatte ich immer Probleme mit, von wegen Interpretationen. Dass meine Interpretation nicht der Meinung des Lehrers entsprechen würde. Das hat mich immer so genervt. Ja, woher soll ich denn wissen, was die von mir im Abi-Tur hören wollen? Nö, vergiss es. Deutsch lebe ich nicht mit ins Abi. Doch, aber habe ich letztlich gemacht. Habe ich nicht gemacht. Ich hatte Mathe-LK im Abi. Bio-LK im Abi. Deutsch-Grundkurs im Abi. Und als mündliches Fach. Haha, wer hätte es gedacht? Philosophie. Ja, klingt fürchterlich, aber es war schön einfach. Ich hatte eine Eins. Das Schöne war halt in den mündlichen Prüfungen kann man das vorher mit dem Lehrer so ein bisschen absprechen. Was man... In was man denn geprüft werden möchte. Und, naja. Kann man sich vorher schon mal so hinter der Hand ein bisschen absprechen. Ich weiß genau, was man zu lernen hat und zu sagen hat. Da passt das. Da passt das einfach. Ist da dann ein bisschen... Schammelt, aber... Na ja. Das machen alle so. Das hat die Erfahrung gemacht. Und, ähm... Es war auch einfach zu Themen Eingrenzung. Ich glaube, es ist auch generell so, dass man das vorher mit den Schülern dann abspricht. Was für ein Thema man damit behandeln möchte. Ich glaube, das ist normal, oder? Das heißt, ich habe gar nicht geschummelt. Beziehungsweise so semi geschummelt. Ach Gott, was rede ich eigentlich? Ich rede Dummsinn. Ja. Das ist das hier, warum ich das hier mache. Ich rede, um Dummsinn zu reden. Dummsinn. Während ich hier gegen Sky Mehrermann kämpfe mit Mike Drongermann. Feuer Eier. Feuer Digi Eier aufsammeln. Da war da noch was, oder? Ja. Klar. Ich habe nur diesmal jetzt nicht das Glück, hier mit Apathy zusammen zu sein, aber... Ich habe hier wenigstens meine Ruhe und die Musik wechselt mich ständig. Und die Musik ist wesentlich angenehmer als die im vorherigen Gebiet. Skill Update. Nichts zum Einsammeln. Schade. Wollen wir heute auch mal schauen, ob wir noch... Also ich habe mir zum Ziel gesetzt, jetzt heute zumindest so weit aufzunehmen, dass ich bis zum nächsten... Ähm... Bis zum nächsten... Sag schon... Skill komme. Bis zum nächsten Skill. Genau, das war's, was ich sagen wollte. Das ist ja 35 oder 36. Und dann gucken wir mal... Wann ich weitermache, weil ich muss auch gucken, wann ich das jetzt erstmal hier alles hochladen werde. Weiß ich täglich bestimmt eher nicht. Aber wöchentlich wäre wahrscheinlich zu lang gezogen... Wenn ich überlege, das ist jetzt schon... Der achte Part vielleicht... Wenn man das mal überlegt... Acht Wochen, da haben wir schon fast Weihnachten. Da passt das ja eigentlich. Mit der... Witzig. Aber dafür fehlt jetzt die Weihnachtsstimmung wegen dem Weihnachtsevent. Das noch nicht existent ist, weil wir das Halloween-Heldend noch haben. Ne, muss ich mal gucken. Äh... Vielleicht zwei Parts die Woche. Weil ich will ja auch, dass es vorangeht. Ich weiß, dass es lang und nervig sein wird. Und deswegen möchte ich, dass es eigentlich auch schnell fett ist. Und ich jetzt nicht noch hier bis nächstes Jahr mit mir rumtrage. Wobei das eigentlich immer nur Kämpfe sind und blöds Gelaber von mir. Vielleicht hört ihr mir auch einfach nur mal gerne so abends zu. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich die Parts jetzt... Mittlerweile habe ich mich dazu entschieden, die Parts nur zweimal die Woche hochzuladen. Und abends. Und dann... Habt ihr was von mir zu hören? Und ich bin fast tot. Und... Ich könnte mir so zuhören bei dem, was ich eigentlich rede. Und was ich nicht erzähle. Weil nichts existent ist in meinem Leben. Bis auf das, was ich schon erzählt habe. Und... Ja... Diese Eislandschaft repräsentiert gerade so ein bisschen meine... Meine Themenvielfalt. Eisige, weite Kälte. Nichts da. Außer Weiß. Ungefähr so sieht es vielleicht in meinem Kopf aus. Ne, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher wie in so einem... In meinem Kopf sieht es wahrscheinlich aus wie in einem riesigen Korb voller Wolkenoi. Und man ist mittendrin. So sieht es wahrscheinlich in meinem Kopf aus. Viele bunte Farben. Viel Wuhle, Wuhle. Viel Wuhle, Wuhle. Lässt du was fallen? Oh ja. Schön. Schnee. Schön. Letzten Winter war ja nicht so pralle, würde ich sagen. Die globaler Erwärmung hat zugeschlagen. Die Erwärmung durch das ständige Dauerspülen der Toiletten hat zugeschlagen. Die Politiker haben wieder zugeschlagen, weil sie es einfach mal jahrzehntlich auf Reihe kriegen. Und mit dem Pakt hinzukriegen, dass die mal sich auf entsprechende Klimawerte einigen. Nein. Geld ist nicht mehr als Klima und unser Planet. Scheiß auf den Planeten. Hauptsache wir haben Geld. Wuh. Geld. Oh, die Geld funktioniert die Welt nicht mehr. Aber mit Geld gibt es die Welt nicht mehr. Ha. Was nehmen? Eine nicht mehr funktionierende Welt? Oder eine nicht mehr existente Welt? Oh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Wahl ist echt schwer. Ja. Da muss man echt überlegen. Das braucht Jahre. Warum ist man damit eine Lösung für sich selbst gefunden hat? Und dann muss man das auch noch für die anderen empfinden, bevor man tot ist. Oh Gott. Das könnte... Nein, nein. Nein. Oh Gott. Mist. Ich war abgelenkt. Durch dieses... Durch dieses Mist... Ding gerade. Da war ich jetzt total abgelenkt. Durch diese dusselige Disc. Kann ich wieder nach da hinten laufen? Wie doof. Schweigen. Schweigen. Zirr, 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 zirr. Machen die Tentumon. Zirr, 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 zirr. Und die Garguma machen... Da, 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 da. Äh, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich muss wieder nach da. Äh, komm mal her, Clown-Coin, mach sie fertig. Ach, sie fertig. Komm und schnapp sie in dir. Komm und schnapp sie in dir. Komm, schau, Mann. Oh, meine Rücken tut weh. Ah, und ich bin leicht ermüdet durch dieses Spiel. Aber das ist normal. Wir quälen uns dann gemeinsam durch. Yay! Wuh, 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 wuh. Naja, gut, die Nachbarn kriegen es auch mit, aber... Nachbarn? Wir sind schon Nachbarn. Hättest du noch was fallen gelassen? Nein, hast du nicht? Schade. Oh, du bist sogar auf Level 40? Das gibt natürlich ein paar mehr Erfahrungspunkte und das erklärt auch, warum ich tot war. Ich konnte natürlich meine Skills nicht einsetzen. Konnte sie nicht schnell genug töten. Weil dieses... Blöde... Ey, wollen sie dieses Item löschen? Fenster an meine Sicht blockiert hat. Mich völlig aus dem Konzept gebracht hat. Ah! Bam. Bam. Na. Na? Wo ist es denn? Ist es denn? Nicht da. Ah. Stille. Ah, die Musik ist echt entspannt. Ein bisschen zu entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, ich gehe nicht mehr höher. Ah, Mann. Diese Musik ist ja fast einschläfernd. Wach bleiben. Wach bleiben. Wir haben erst 19.10 Uhr. Es ist noch früh. Wir haben gleich Level 35 erreicht. Ich muss mich vereint. Vielleicht schaffe ich das noch. So, dann gehen wir mal nach da hin. Hallo. Bam. Keblämm. 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 Blämm. Blämm. Bist du was liegen? Nein. Mann, bist du geützig. Was war das? Jetzt hatte ich schon wieder so ein Ding auf der Maus. Ah. Wieso mache ich mein Item eigentlich nicht? Nein, mein Inventar. Ding. Ich habe da hier unten meine Items. Mehr brauche ich doch gar nicht. Wie viel Geld habe ich? 10.000 Euro, das geht. 98. Ja, eventuell kriegen wir jetzt das Level ab. Dann mal schauen, ob wir dann ein Skill haben oder nicht. Ob es noch ein Level haben oder nicht. Ah. Nö. Schade. Okay. Also noch ein Level. Yay. Ah. Wir machen hier einfach mal weiter, weil die sind ja relativ stahl. Und es gibt schon vier Erfahrungspunkte. Das passt. Wir machen hier gleich nur dann wahrscheinlich erstmal wieder ein Cut, weil das nicht passt. Und genießen einfach weiterhin die schöne, spannende Musik auf unserer Reise. Und die weißen Einöden, der in den Frozen Grounds nicht zu verwechseln mit dem Film Frozen. Nein. Wir sind hier, wo ausländische Hilfsmitarbeiter Hotel-Iglus bauen, wie dieses hier, wo man Urlaub machen kann. Komm, Ground Roman, machen wir Urlaub darin. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn sich Ihre Immobilienmaklerin Mimi Tachikawa bei Ihnen meldet. Man riecht sich. Bye, bye. Morgens halb zehn in der eisigen Einöde.